Ursi, wie geht es dir heute? Ja, heute geht es mir eigentlich recht gut. Ich spüre halt einfach den blauen Mond, der auf den Vollmond und den Spezialmond da getroffen. Supermond, genau. Der Schumann, gell? Genau, das habe ich heute Morgen gespürt und bin mit Kopfweh eigentlich aufgestanden. Okay, und Christina, wie ist es bei dir? Ich spüre auch die Temperaturschwankungen und musste mit Medikamenten nachhelfen, damit ich heute hier sein kann. Guten Tag und willkommen bei «Rheuma persönlich», einem Podcast von der Rheuma-Liga Schweiz. Ich bin Carla Keller. Diesmal geht es um Fibromyalgie. Eine Krankheit, die viel daran zweifelt, dass sie wirklich geht. Sie sagen, du hast zu viel Stress, das ist doch gar nicht so schlimm. Es ist doch nicht so. Du musst halt einfach früher ins Bett, wenn du so müde bist. Wir schauen die Kranken genauer an, was es für Symptome gibt und was man dagegen machen kann. Bei mir im Studio sind Ursi Müller. Du leitest die Fibro-Selbsthilfegruppe von der Rheuma-Liga Schaffhausen und bist vor allem hier aus selber Fibromyalgie-Betroffenen. Christina Galfetti, du hast nicht Fibro, aber Rheuma, bist vom Kanton Aargau und du bist vor allem hier, weil du coachst, Betroffene und Angehörige. Hallo miteinander. Hallo. Hoi. Fibromyalgie bedeutet wortwörtlich Muskelfaserschmerz. Früher hat man viel gesagt, wenn man Krankheit nicht definieren konnte, ja, das ist wahrscheinlich Fibromyalgie. Es ist immer noch schwierig, es genau zu definieren. Die WHO hat Fibromyalgie auf letztes Jahr 2022 aus der Gruppe der rheumatischen Erkrankungen gestrichen und umgedeilt in die neu geschaffene Gruppe der chronischen primären Schmerzsyndromen. Die Rheumatologinnen sind immer noch hauptsächlich für die Fibro-Betroffenen zuständig, weil sie einfach am meisten Erfahrung mit dieser Erkrankung haben. Es gibt sehr viele verschiedene Symptome, Schmerzen, Schlafmangel, Fatigue, also so bleiende Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Verdauungsbeschwerden, Lärmempfindlichkeit. Die Ursache ist noch nicht klar. Ursi, wie erklärst du jemandem, was du hast? Ja, also es sind verschiedene Schmerzen, die auftreten. Es sind teils stechende Schmerzen, teils dumpfe Schmerzen, wandernde Schmerzen. Es ist eigentlich jeden Tag anders. Man kann es nicht wirklich definieren. Es sind halt auch die vielen Begleiterkrankungen, die dazukommen, die das Gesamtbild eigentlich definieren. Kannst du es mit einem Bild irgendwie beschreiben, wie du dich an mich fühlst? Ja, ich sage immer, heute fühle ich mich wieder, wie wenn ein Traktor über mich gefahren wäre. Also ich sehe meistens so ein schönes Feld mit einem Bauer am Arbeiten und ich stehe dort und der Traktor rollt einfach über mich hinein. Und das, das klingt so krass, und du bist da und du strahlst. Ja. Einfach. Wir kommen noch darauf zu sprechen, von wo du die Kraft nimmst, was dir hilft. Christina, du hast Rheumatoide Arthritis. Seit du das Kind bist, was ist, kannst du erklären, Unterschiede, Gemeinsamkeiten zu Fibromyalgie? Also ich denke, der Hauptunterschied ist, dass sich die Rheumatoide Arthritis im Labor zeigt und auch bei den bildgebenden Methoden. Man kann das wirklich beweisen, dass da etwas nicht so ist wie bei gesunden Menschen. Und das ist ja das, was bei euch Fibromyalgie-Patienten fehlt und was es auch ein bisschen schwierig macht, sogar im Umgang mit den Ärzten oder auch mit dem Arbeitgeber oder im Freundeskreis oder halt auch mit den Sozialversicherungen. Das eben mit Sozialversicherungen, ein grosser Punkt, auf das können wir auch noch sprechen in dieser halben Stunde. Fangen wir an damit, wenn man die Diagnose bekommt. Ursi, du warst um die 30 als ein Hausarzt dir die Diagnose gegeben hat. Du hast dann nichts weiter gemacht, bis du um die 54 warst und dann hast du die Diagnose noch einmal dir bestätigen lassen. Wie hast du diese Zeit ausgehalten bis dahin? Ja, also das sind natürlich auch verschiedene Phasen des Lebens. Ich durfte in dieser Zeit Kinder bekommen. Dann sind die einen Schmerzen verschwunden, es sind andere gekommen. Man ist natürlich abgelenkt durch Kinder ziehen, ins Ausland gewohnen, wieder zurückgekommen. zurück ins Berufsleben und ich hatte einen sehr entspannenden Beruf, wo ich natürlich extrem viel Ablenkung hatte. Ich durfte 25 Jahre als Flight Attendant arbeiten und das Beste ist einfach die Ablenkung. Fibromyalgie In den westlichen Industriestaaten haben zwischen 1 und 5% Fibromyalgie also von 100 Personen 1 bis 5 und Frauen sind 2 bis 5 Mal häufiger betroffen als Männer. Wahrscheinlich haben es viele gar nicht wissen, dass sie es haben. Man ist einfach abgelenkt vom Leben. Bist du froh gewesen, die auch eine Erklärung hatte? Es ist vielleicht aus Mutters einfach streng. Eine Frage kann ich nicht so beantworten. Ich hatte eine Mutter, die eigentlich die gleichen Symptome hatte. Aber den Ärztenmarathon bis jetzt nicht gemacht hat, weil unsere Generation vorher einfach erträgt. Sie war eine Baurentochter und ich immer gedacht als junge Frau was tut jetzt meine Mutter so. Und heute verstehe ich, dass ich bald 60 werde. Hast du auch Momente, wo du hast schon angetönt mit vielen Ärztinnen Besuchen, Momente, wo dich auch ohnmächtig fühlst? Ja, es ist eine Ohnmacht. Man weiss nicht, wie damit umgehen. Mit dieser Müdigkeit, die einem immer wieder überfällt, mit der Antriebslosigkeit, mit, weil ich eigentlich jemanden der gerne Action hat und viele Leute um mich kommen. Es ist einfach im Moment so, dass ich das nicht mehr so vertrage. schlafen würde. Ich würde am liebsten nur noch schlafen das ganze Wochenende, ich würde am liebsten gar nicht mehr abmachen, aber das ist eigentlich falsch. Was motiviert dich, nachher gleich rauszugehen? Meine Arbeit, ganz stark, ich liebe es arbeiten und ja. Wenn du abgemacht hast, wie ist das? Wie geht dein Umfeld um mit dass du vielleicht absagen musst, wenn ihr abgemacht habt, weil es dir nicht gut geht? Das passiert selten oder bis jetzt selten. Ich habe angefangen, das wirklich Nein zu sagen. Das ist schon schwierig. Ich hätte doch noch eine andere Kollegin gehabt, die ich gerne abgemacht hätte. Dann muss man einfach sagen, dann komme ich vielleicht gleich schnell, aber dann nicht am Abend, vielleicht nur etwas trinken. Das Neisagen fällt mir definitiv immer noch schwer, aber der Freundeskreis ist kleiner geworden, das ist klar. Du hast die Jobber, wenn du jetzt schon fleitet haben, jetzt schaffst schon länger mit Empfang einer Bank, dass man sich vorstellen kann. Christina, was ratest du Fibromyalgie-Betroffenen, wenn sie zu dir kommen und sich orientierungslos fühlen? Wir machen erst einmal eine gewisse Auslegeordnung. Ich frage, welche Symptome am meisten Schwierigkeiten bereitet. Es ist auch immer so, dass der soziale Faktor angesprochen wird. Der Freundeskreis wird kleiner, manchmal aber intensiver. Es gibt auch vielleicht kein Verständnis pro Seiten Arbeit geben. Man muss als Patient oder Patientin sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Das ist natürlich zusätzlich Energie Fresser. Das besprechen wir miteinander vor. Besprechen oder ich gebe auch gewisse Tipps oder Broschüren mit, die der Arbeitgeber sich informieren über die Krankheit. Wichtig ist, dass es wirklich eine anerkannte Krankheit ist und dass man von diesem Simulantentum als Betroffenen wirklich herauskommt. Bei mir war es so, dass ich immer am Strahlen bin. und von Beruf habe ich das ein bisschen angelernt. Aber es kommt auch von Herzen, das darf ich sagen. Aber ich habe mich nicht geoutet bis diesen Frühling bei meiner Arbeitsstelle. Als ich gemerkt habe, ich nicht mehr kann, konnte ich das gegen dragen. Dann haben meine Kolleginnen gemerkt, jetzt irgendetwas stimmt nicht, aber was stimmt nicht? Und sie haben nicht gewusst, dass ich täglich Schmerzen habe. Das sieht man mir ja nicht an. Und das ist die grösste Problematik bei der Fibromyalgie. Das ist eines der schwierigsten Momente. Wenn man Schmerzen hat, ist es eine logische Konsequenz, dass man sich ruhig stellt und wartet, bis der Schmerz vorbeigeht. Und das ist eigentlich nicht gut, sowohl auf der physischen wie auch auf der psychischen Seite. Auf der physischen Seite weiss man, dass unser Organismus zum Schmerz abtransportieren eben Bewegung, also ich sage jetzt nicht Hochleistungssport, aber einfach Bewegung braucht. und auf der psychischen Seite eben auch. Ich sage immer, wenn ich Schmerzen habe, dann schreit mein Sofa sehr laut und man muss sich dann wirklich überwinden, um einen Spaziergang zu machen und wenn es halt wirklich nur einmal ums Haus ist und nicht dann gerade grosse Wanderung, aber einfach spazieren oder ich weiss nicht, was du sonst machst, Nordic Walking oder solche sanften Bewegungen, schwimmen oder Aquafit oder so, einfach, dass man ein bisschen in Bewegung ist. Und dann eben das, das ich als Psychologin immer empfehle, dann den Moment auch speichern, wo man dann merkt, es geht mir auch besser. Es geht einen rechten Moment, bis ich so eingelaufen bin und dann vielleicht auch ohne Schmerzen oder mit weniger Schmerzen laufen kann und diesen Moment einfach speichern, ganz bewusst, damit man das als Ziel hat für das nächste Mal, wenn das Sofa wieder laut schreit. Da sage ich eben einfach, die Achtsamkeit ist extrem wichtig, vom Moment, dass man den Moment wahrnimmt und wenn man eben spazieren oder Velo fahren, dass man eben das dann auch liebt und ich zum Beispiel liebe den Wind in meinem Gesicht, in meinen Haaren oder ich liebe Geschwindigkeit beim Skifahren, Aquavalle, Jein hat mir jetzt nicht so gut getan, weil ich einfach das Hallenbad nicht so sympathisch gefunden habe. Ja, aber so muss halt jeder selber suchen, finden, was einem gut tut und das kann ich nicht für jemand anders reden, da kann ich nur für mich selber reden, weil das ist wirklich so individuell und bei jedem verschieden. Man merkt bei dir, du bist ein positives Gemüter, du sagst es auch selber, du schaffst es, obwohl du praktisch jeden Tag Schmerzen hast und dein Leben wegen der Fibromyalgie anpassen, du schaffst es, etwas Positives zu sehen. Es gibt auch sehr viele Fibromyalgie Betroffenen, die am anderen Punkt im Leben stehen. Sie haben so viele Schmerzen, dass sie es nicht schaffen, Positives zu sehen. Beim Arbeiten hat man kein Verständnis für sie, es ist ein Kampf bei den Sozialversicherungen, auch das private Umfeld versteht sie nicht. Christina, was ratest du, wenn jemand zu dir kommt und sich einfach so unverstanden fühlt? Ich bin jemand, der sehr gerne mit Metaphern arbeitet. Ich arbeite in den Coachings zum Beispiel auch, dass ich das Gefühl repräsentiert. Ich habe für mich definiert, es gibt Tage, wo ich fühle, wie wenn ich einen Neoprenanzug hätte. Rundum hat niemand einen Neoprenanzug. Jede Bewegung, die ich mache, ist steifer, braucht mehr Energie, sieht gestabiger aus, ist langsamer als bei denen ohne Neoprenanzug. Das ist eine Metapher, die ich auch brauche in meinem Freundesreis oder meinem Mann. Das hilft mir, nicht zu sagen, ich habe wieder Schmerzen, sondern der Neoprenanzug ist heute wieder dick. Dann wissen alle schon Bescheid. Ich arbeite gerne mit Metaphern. Urs, du auch Unterstützung haben. Du hast vor kurzem gesagt, dass du Fibromyalgie bist. krankenkassamäßig oder IV-mässig Unterstützung rüber? Gar nichts, nein. Wenn die Krankenkasse interessiert, ob ich ins Krafttraining oder Aquavail habe, die Krankenkasse zahlt nichts. Auch nicht mit der Zusatzversicherung. Hast du dir das schon mal überlegt, bei den IV-Azumändern? nicht, nein. Das ist dein Weg. Traumaliga empfiehlt den Betroffenen, gerade weil es so wichtig ist, den Arbeitsplatz langfristig zu behalten, sich lieber früher als später bei der IV-Azumänder zu melden und eine Früherfassung zu machen, z.B. mit Unterstützung der Sozialberatung. Wichtig ist, dass die Früherfassung bei der IV-Azumänder nicht heisst, dass man ein IV-Fall ist. Eine Früherfassung ist freiwillig, präventiv. Es geht darum, dass die zuständige IV-Stelle zusammen mit der betroffenen Person frühzeitig schauen kann, ob sich die Arbeitstiten z.B. anpassen lassen, den Arbeitsplatz oder die Aufgaben, damit die Arbeitsstelle der betroffenen Person langfristig gesichert werden kann. Was ist deine Erfahrung, Christina? Ich bin die letzten zehn Jahre beruflich auch als Case-Managerin unterwegs gewesen und habe ganz viele solche Fälle betreut oder Begleitungen gemacht. Das Wichtigste ist einfach, dass wenn man das Pensum reduziert, dass ein Arzt oder Ärztin das bescheinigt. Damit die IV irgendwann, wenn es soweit ist, kann schauen, dass man vom 100-prozentigen Lohn ausgeht und nicht vom reduzierten. Auf der anderen Seite weiss ich auch, dass Fibromyalgie-Patienten ganz grosse Schwierigkeiten haben für die IV-Anerkennung. Eben weil es keinen Laborwert, keine Röntgenbilder, keine solche Sachen gibt. Das ist ganz, ganz schwierig. Von dem her kann ich nur empfehlen, Anpassungen zu machen, vielleicht eben, wenn man nicht mehr servieren kann oder nicht mehr körperlich arbeiten kann, dass man dann noch etwas anderes macht, aber so lange wie möglich, so hochprozentig wie möglich im Berufsleben bleiben. Das ist auch was die Räumaligen empfiehlt, eben in den Broschüren. Mehrere Seiten dazu. Es gibt nur Nachteile bei der Sozialversicherung, unbedingt vorher IV-Früh Intervention beanspruchen. Ein paar kantonale und regionale Räumaligen bieten auch kostenlose Sozialberatungen, gibt auch Rechtsberatungen. Der Link dazu ist Episode beschrieben. Es ist häufig schwierig, aus fibromyalgiebetroffenen eine einzige Ansprechperson zu haben, weil es viele Behandlungsarten ja auch gibt. Man wird nicht klar zugeteilt. Christina, wie unterstützt du oder wie siehst du deine Aufgabe, um die Leute zu holzen? Mir geht es darum, dass der Patient und die Patientin auch wagt, den Mut hat, Sachen auszuprobieren. Ich fand es sehr schön, wie es Ursi erzählt hat, sie hat gewisse Sachen gemacht, aber es hat ihr nicht gut getan, dann lässt sie es wieder. Man ist mit ganz vielen Ratschlägen umgegeben, von allen Seiten, von der Presse, von Freunden, von Bekannten, die sagen, du musst das machen und dann ist alles wieder gut. Und das ist eben nicht so. Aber gewisse Sachen ausprobieren, finde ich sehr gut. Und dann für sich selber einen Koffer zusammenstellen mit Therapien, die einem gut tun. Und ich finde halt einfach so, das Coaching oder psychologische Begleitung ist vor allem dann wichtig, wenn es einem gut geht, weil dann kann man Sachen einstudieren und einüben, für den Fall, dass es einem wieder schlechter geht. wenn es mir schlecht geht, muss ich etwas zücken, ich muss nichts Neues ausprobieren. Das Psychische, das auch die Rolle spielt, Stress ist ja auch, ich nicht ganz fest, die Ausdachung ist noch nicht klar von Fibromyalgie, aber zentrale Themen mit Ursachen Forschung sind Schmerz und Stress, Stress beeinflusst ja die Art und Weise, wie Schmerzen und andere Reize verarbeitet werden. Ursi, wie machst es du in dieser gestressten Zeit, dass du das schaffst? Also den Stress an und für sich finde ich nicht negativ, im Gegenteil, es fordert mich und es pusht mich eigentlich eher auf. Was mir mehr Mühe macht, das sind toxische Menschen, Menschen, die mir nicht gut tun, das versuche ich zu mieten. Menschen, die negativ denken, negativ aussprechen, die ziehen mich runter. Und das versuche ich eigentlich zu mieten. Das ist eine wunderbare Bewältigungsstrategie, die du hier anwendest. Eine Bewältigungsstrategie ist ja auch, dass man ein Tagebuch schreibt, in der Broschüre, Seite 30, steht auch, gerade so ein Vorschlag, wie man das machen kann. Hast du das auch ausprobiert? Tagebuch in dem Sinne nicht. Was ich mache, ist, ich schreibe mir Sachen, Sprüche, die ich höre, die ich leise, auf. Manchmal sogar von der einen Agenda in die nächste Agenda. Ich bin jemand, der noch nicht technische Agenda führt, sondern ich habe gerne mein eigenes Büchchen, wo ich eben auch gerade im Moment etwas aufschreiben, das mir Freude macht, oder ein Herz zeichnen. Ich lebe eigentlich sehr vom Bildlichen. Das ist sehr schön. Ich sage das auch meinen Klienten häufig. Es geht vielleicht auch darum, Dankbarkeit aufzuschreiben für gewisse Sachen, weil wenn man mit Schmerzen unterwegs ist, ist einfach Gefahr drin, dass man sich schnell in die negative Spirale hineingeht. Es ist relativ einfach und passiert schnell. Und dann gibt es einfach ein Dankbarkeits Tagebuch, das man anlesen kann. Für was bin ich dankbar gewesen, für wann, für welche Situation, für welchen Mensch, welche Begegnung, für welches Naturerreignis und das gibt dann auch wieder Kraft. Du hast gesagt, das Dankbarkeits Tagebuch in den neuen Räumaligen Broschüren hat es eine Vorlage für ein anderes Praktis Tagebuch, nämlich das Schmerztagebuch oder Fatigue Tagebuch. Da seit 3031 kann man auch abladen, den linken unten in den Shownotes. Was ich von anderen Fibromyalgie Betroffenen gehört habe, lohnt es sich, das ein paar Tage nacheinander zu machen. Es kann Hinweise geben zum Schmerzmanagement und zur Behandlung für Betroffene und Behandelnde. Ursi, wir haben von dir gehört, wie du mit der Fibromyalgie umgehst, positiv. Mich nimmt es aber trotzdem Wunder. Gibt es Momente, wo die Fibra am liebsten Würst aus dem Fenster schmeissen? Es ist nicht nur Fibro, es ist manchmal auch das Leben. Ich habe schon ganz viele traurige Sachen erlebt. Das war das Schlimmste für mich überhaupt in meinem Leben, das nicht mehr angenommen sein von meinem totsumaligen Mann, Vater meiner Kind. Das hat mich ganz, ganz schlimm belastet. Lang. Verschlusswort Ursi, was möchtest du anderen Fibromyalgie Betroffenen mitgeben? Wieder Dankbarkeit, leben im Moment, im Jetzt und denken nicht zurück, sondern haben Freude am Moment, am Blümchen, am Strassenrand etc. Christina, möchtest du gerne mitgeben? Ich möchte gerne mitgeben, Fibromyalgie Betroffene einfach auch ein bisschen achtet auf das, was sie denken, auf das, was sie sagen, auf ihre eigene Sprache. Ich möchte da gerne ein Beispiel nennen. Ich sage immer, am Anfang, wenn man eine Diagnose hat oder wenn man einen Schmerzschub hat, kommt einem immer noch das in Sinn, wo man wegen der Krankheit oder wegen der Schmerzen nicht mehr kann. Und dann gibt es einfach einen einfacher Trick, überlegt euch, was ihr trotz der Schmerzen machen könnt. Dann ist es schon wieder ins Positive gekehrt und auf die Ressourcen aus. Und da sieht man, wir sind beide hierhergekommen, von weit her. Wir haben beide den Weg unter die Räder oder was auch immer genommen. Wir sind heute Morgen aufgestanden, wir haben Freunde, wir haben eine Familie und so weiter. Dann findet man wirklich ganz schöne, unterstützende Momente oder Menschen und das möchte ich weitergeben. Das ist ein Wort, wenn man aus einem Wege ein Trotz machen kann, kann man sich schon sehr viel verändern. Und ich sage noch, der Weg ist das Ziel. Ich finde schön, ihr habt im Vorfeld gesagt, ich weiss dann nicht, ob ich das Fuss vom Bahnhof hinlaufen kann. Vielleicht habe ich dann auch schaubig und muss schauen, wie es mir geht. Und wir haben den Weg hierhergeschafft. Christina Galfetti, Ursi Müller, danke vielmals. Von Herzen gerne. Danke. Das ist Ramiya persönlich, der Podcast der Räumaliga Schweiz. Unten im Episodebeschrieb habe ich noch Broschüren verlinkt. Es hat einen Link zu Porträts von anderen Betroffenen und verschiedene Tipps, die kostenlos Sozialberatung bekommen und die Telefonhotline der Räumaliga, die sie euch unkompliziert beraten. Auf raumaliga.ch slash podcast finden Sie noch mehr Gespräche zum Thema Räuma für Betroffene und Angehörige. Abonnieren Sie den Podcast doch in Ihrer Podcast-App, dann sehen Sie immer, wenn die neueste Episode rauskommt. Das nächste Mal, nämlich auch sehr spannend, geht im Rama persönlich um Medikamente. Wir erklären verschiedene Arten von Medikamenten gegen Räuma. Dabei geht es unter anderem auch um Analgetika, also allgemeine Schmerzmedikamente ohne Entzündungshemmung, was Basismedikamente sind, was für Einfluss die Ernährung auf Medikamente hat und was Medikamente auch für längerfristige Wirkungen haben. Zu Gast ist Dr. Adrian Forster, er ist Chefarzt Rheumatologie und Rehabilitation bei der Schultestklinik in Zürich. Schauen Sie gut zu sich und bis zum nächsten Mal. Rheuma persönlich wird präsentiert von der Rheumaliga Schweiz für ein starkes Leben mit Rheuma. Rheuma comprom Bene Rheuma 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 Kino Rheuma Vielen Dank.